Ja, hallo, ich wollte euch jetzt auch einmal berichten von der Erfahrung mit dem Coaching von Pedro. Ich bin jetzt seit zwei Monaten dabei und es hat sich wahnsinnig viel bei mir verändert, das hätte ich niemals vorher gedacht. Ich leide schon sehr, sehr lange an Verdauungsproblemen und habe da auch schon einige Kuren durch und auch Arztbesuche und ja, nichts hat so wirklich geholfen. Und durch das Coaching, durch die Anleitung Stück für Stück hat sich wahnsinnig viel geändert. Ich kann fast alles wieder essen. Ich war so weit früher, dass ich fast gar nichts mehr essen konnte. Ich habe nichts mehr vertragen, weil mein Wagen-Darm-Trakt einfach so angegriffen war. Und dann der zweite Punkt, die Schilddruse Hashimoto. Ich konnte damit nie leben, dass die Ärzte gesagt haben, ich muss ein Leben lang die Tabletten nehmen. Und ja, habe mich da auf die Suche gemacht und bin dann auf Pedro gestoßen. Und ja, ich habe eigentlich von Anfang an des Coachings die Tabletten weggelassen. Ja, und seitdem geht es mir sehr, sehr gut. Ich bin nicht mehr müde, ich habe sehr viel Energie, ich bin nicht mehr so stressanfällig. Ich bin selbstständig und da ist natürlich immer Stress vorprogrammiert und der ging mir dann auch mal sehr auf den Magen. Und ja, das ist auch alles komplett weg, also wahnsinnig gut. Und ich kann das jedem nur ans Herz legen. Klar, es ist halt natürlich viel Geld, aber das Geld ist für die eigene Gesundheit. Und ich denke, nichts ist wichtiger als die eigene Gesundheit. Und ja, ich kann es jedem nur empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen und das Ganze mal anzugehen.